Musik Wollen wir gleich zum Torfrennen wieder? Ja Kurzer Fall Gleiche Richtung ist es Wieder hier Pass auf, links sind die Minenfelder, ne? Ja, vom Bunker können auch welche kommen Naja, die Minenfelder sind schon noch eine Ecke weg Ach so, noch mal hinten Bunker? Oh, ne, so weit weg sind die ja nicht Hallo Korund, Korund Korund, hm Die hat, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich Genau Reparatur-Verhältnis, sehr, sehr, sehr gut, Alter Und die ist schwarz Hm Wie bald ist die Matze hat es zu meinem Kommentar gelesen, ja, ne? Ja Du hast da zwei geschrieben, glaube ich Ja, den mit dem Dot umstellen Ja Das gibt's Einmal auch noch auf Reserve Und das ist immer an dieser Stelle, wo ich das gehört hab Ach so Ich hab das noch nie gehört Umstellen Ja, da gibt's so eine Stelle, das klingt wie, als ob man Dot umstellt Also, als ob die Gegner Seinen Scope umstellt, weißt du? Oh, vor uns Wir sind hier vorne, am Berg hoch Seh nicht Geh mal runter Ich bin unten, ne? Also nicht schieben Hm Da auch noch offen was? Im Camp oder? Nö, nicht zu sehen Ich mein, äh, Luft mäßig Ach so Ja, eigentlich Weiß ich nicht, glaube ich Na doch, da ist doch nicht das Prepperlager Ne, da Da an dem Ah, an dem Slipperberg ist doch so wie so ein Bunker Da ist da auch nochmal gut Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja Kann das Puff schon riechen? Haha Fisch Das Auto steht da Sehr gut Boah, pfff Ziehts gleich weg hier Von der letzten Skate Ne, das sind, das sind die Spieler Also, ne Konnte man nicht richtig erkennen Einer ist definitiv Komisch gerannt Das ist ein Spieler, der hat einen Beta-Rucksack Das gibt's als Jeff glaube ich nicht Ah, okay Das ist noch einer Er kommt auf uns zu Ich hab kein Ziel Ich hab kein Ziel Oh, der war Falltreffer, oder? Die Kanada hat's gebrochen Die Kanada hat's gebrochen Die Kanada, Alter Die Kanada, Alter Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Ey, Beutel hat mich in der Luft gesprengt, Alter Ich fass es ja nicht Ich hab kein Ziel Dann warst du aber schon wieder viel zu weit vorne, Matze Das ist... Nein, ich war ja hinter euch Ey, wir sind gut gespawnt Ja Wo sind Durms? Ne, Beutel, du müsst da rüber Und die ist heute alle Wir müsst da rüber Na, ist das nicht Durms? Ne Das ist, äh Pigret nennt sich das Genau Ach, Pigret, okay Ach, echt? Hier ist das? Ja Ich dachte, das ist in dem Bürokomplex Ne Du musst jetzt hier die Treppe hoch Ja, warte mal, ich hab grad genau das Dauer Hier die Treppe? Ja Hier die Treppe? Ja Wolltest du ne Taschenlampe ein, ja, ne? Ja, äh, wie ma... Ah Alles klar Okay, bin drin Okay Du musst in den zweiten Raum Da musst du die Tür eintreten In den zweiten? Ja Mahlzeit Was musst du dir rausholen? Unter dem, unter dem Schreibtisch Du musst mal zu dem Schreibtisch gehen Und unten runter, so an der Zichtplatte Ist was, was du aufheben musst Ah, ey, das ist so übelst versteckt Naja, okay Jetzt muss ich damit quasi nur rauskommen, ne? Ja Du kannst doch nochmal alles looten, was da oben ist Da gibt's eigentlich immer gutes Zeug Ahja, ein Save Ich hätte vielleicht die Taschenlampe Was ist ein Ferritas? Das hab ich ja noch nie gesehen Sieht aus wie ein Gitarrenbleck drum Das ist ein Gitarrenbleck drum Oh, geil Das brauchst du später mal für irgendeinen Scheiß Für den Kappa-Container brauchst du das Genau, genau Ich würde rüber in die Trockenbude rennen wollen Was ist der Typ? Ne, bitte Ne, bitte Hier waren schon welche Ich bin tot Mann, ne, kotzt mich an das Spiel Zeig mal auf der Hütte Wo? Na direkt im Eingang Trocken Gebäude Bist du auch tot? Ne Ach, jetzt Oh, scheiße Was ist das denn dear? Tja, das ist für 3hze Ja Kann auch mal so groß sein Ich bin ein Haar was cool ist. Was denn? Hat der eine coole Waffe oder so? Achso, was hast du? Ich habe nur eine Uzi. Der hat hier, warte, ich schmeiß den ja hin. Beutel hier oben nichts. Ah, warte, ich komme. Der Beutel ist da. Hier, du stehst drauf. Sondern dann rein oder raus. Beutel, bleib in Deckung. Ja, du bist ein wichtiger Mann, ja. Hm. Scheiß Situation ist hier. Hat jemand eine Granate? Nee. Ja. Da ist er. Er hat gebogen. Neben war der noch? Ja. Ich bin hier unten an der Treppe, ne? Warte, lass mich mal kurz gucken. Oh, 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 oh. Achso, du hast geworfen, also. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wie sieht es aus? Er ist auf der anderen Seite und tanzt an der Treppe rum wie Froschkönig. Froschkönig. Aber ich muss mal eine Ausdauer regenerieren. Ich höre Schritte neben mir. Der kommt jetzt plötzlich hier unten durch. Ne, der läuft noch ohne lang. Beutel, wo bist du? Ach, da. Oh, er ist rübergerannt. Wo seid ihr? Immer noch oben. In dem Hinterblock. Also, auf den, auf den, auf den Ding. Was rennt denn er da spazieren, Alter? Ja. Okay, ja, unten. Jetzt geht's, jetzt geht's. Da müssen wir draußen lang gehen. Ah! 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 Oh! 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 Das ist nicht das ist weh als ich auf jeden Fall nicht dass er rum getanzt ist Hat dich enorm genietet? Ja Nein! Beutel wo bist du? Ich bin immer noch unten an der Treppe Ok Der war an der komischen Schräg im Drücke Oh! Komm. Nein! Ja. Bist du tot? Ja. Fuck, was war das denn? Eine Granate? Ich habe gar nichts gehört. Kein Tod. Ich sehe da drin einfach nichts. Was weiß ich, wo die F*** herkommt.